Hallo Alina! Hallo! Was haben wir gerade gemacht am Strand? Ähm, das gesucht und Mist eingesammelt, weil die Leute so schweinig sind. Ja, und wieso haben wir den Mist eingesammelt? Ähm, mit ein paar Handschuhen und mit einem Mistbacher. Und wieso haben wir das gemacht? Weil ich das wollte. Und was passiert mit dem Mist, wenn es ins Meer geht? Und dann schwebt es auch ein. Und wenn es ganz krass ist, dann fressen das die Schildkröten und die Boote holen das ab. Fressen das die Schildkröten. Und was passiert mit den armen Schildkröten dann? Ähm, wenn sie zu Meer gefühlt sind und dann sind sie tot. Oh je, das ist nicht gut, oder? Nein! Deswegen sammeln wir den Mist auf, oder? Mhm. Ja. 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 Ja.